Come on, get up! Hallo Fans und Freunde der WNA! Ich habe es ehrlich, denn ich bin am Weg in die Gruben. Heute ist es Testspiel gegen den FAC und das möchte ich nicht versäumen. Also, los geht's! Musik 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 Das war das Testspiel gegen den FAC und das Ergebnis legen wir den Mantel des Schweigens. Es war aber ein sehr aufschlussreiches Spiel, speziell für die jungen und teilweise unerfahrenen Spieler gegen so einen offensiv spielenden Gegner wie den FAC. Bei dem Testspiel gegen den Wiener Viktoria war ich leider nicht dabei, daher wird dieser V-Vlog ein eher sehr kurzer werden. Aber ich möchte mich hier an dieser Stelle sehr herzlich bedanken bei allen Abonnenten auf YouTube speziell und bei allen Abonnenten auch bei Facebook und Followern bei Twitter. Teilt meine Videos, teilt die Bilder, das würde mich sehr, sehr freuen. Teilt natürlich mit, dass es diesen Kanal überhaupt gibt, damit wir Vienna-Fans, Fans des ältesten und des traditionsreichsten Fußballvereins Österreichs, sich hier noch einem breiteren Publikum präsentieren kann. Ich würde auch gerne mehr über euch bringen, was ihr so erlebt, was euch so bewegt. Schreibt mir eure Erlebnisse, schreibt mir eure Kommentare unter die Videos bzw. auch auf Facebook, was euch interessiert, was euch bewegt, was ihr erlebt bei der Vienna, was euch so interessiert usw. Und ich möchte euch gerne hier auch interviewen, ich möchte euch gerne hier auch präsentieren, ich möchte auch gerne hier Artikel bringen und Reportagen bringen über die Fans, über uns. Und dazu brauche ich natürlich eure Hilfe und ich bitte euch, macht mit, schreibt mir etwas rein, schreibt mir auch auf Twitter, würde mich wahnsinnig interessieren und ich möchte mich auch gerne hier intensiv mit euch austauschen. Für dieses Frühjahr habe ich einiges noch geplant, speziell eine Website, die ist gerade in Arbeit, da gibt es dann auch einen Shop mit Fanartikel von Common Vienna, da möchte ich euch auch gerne Videos zeigen, natürlich auch Making-ofs zeigen von den Videos bzw. auch Bilder, Making-of-Bilder, auch natürlich hinter den Kulissen, vor allem beim Verein, aber natürlich auch hier. Was ich so mache, was ich so mache, wie ich das umsetze, diese Videos, diese V-Blogs usw., was wir so erleben, Outtakes natürlich und lustige Begebenheiten, all das findet dann hier speziell auch auf der Webseite Platz. Und das ist alles geplant fürs Frühjahr und natürlich auch noch viel, viel mehr. Also bitte macht mit und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Spiel und bis dahin, Carmen Vienna! Bis zum nächsten Mal.